Hallo und herzlich willkommen zum Fortnite-Galke. Ja, ich hoffe, hier vorab muss ich kurz gehen. Wir können heute leider nicht auf die Web-Galke nachgucken, wie selten was ist. Das können wir heute leider nicht nachgucken, liebe Freunde. Ist leider so. Das heißt, da können ich heute nicht drauf eingehen, was heute selten ist und was nicht. Weil die Web-Galke funktioniert heute leider nicht. Ich sage, aber naja, können wir nicht ändern. Vielleicht beim nächsten Mal funktioniert die Galke wieder. Ich hoffe, dass sie wieder funktioniert beim nächsten Mal. Aber naja, wir gucken doch mal rein. Okay, hier gibt was Neues. Okay, wir haben gegen Charakter, der ist komplett neu. MMTS-Charakter wieder mal. Gag, Bange, Koch, K.O., 600, Wiebach, K.K.B.S.K.B.S.K.B.S.K.B.S.K. Okay. Gegen haben wir noch, gegen Waffenergiegung. Gegen haben wir noch, gegen Musik. Okay, normale Musik und einmal vor der Musik. Okay. Kaun, 600, Wiebach, das Bange und ja. Eingung, Koch, K.O.K., 800, Wiebach, die Biskacke, 500, Waffenlacki und Galhungag und die Musik 500, Wiebach. Okay. So. Jünger Koch ist immer noch gar. Ja, Jünger Koch ist immer noch gar. Ja, immer noch gar. Mabelgachen. Das ist auch immer noch gar. Das ist auch immer noch gar. Ja, immer noch gar. Liebesgachen. Ja, neuen Emot. und woher kenne ich das liegt okay ich weiß noch nicht warum die im hochkollektage immer 500 die was kosten weil gar passiert nicht viel bei gegen im hoch 200 die wachsäcke vollkommen reich abbegeben weil wir gegen ihn passiert nicht viel dann haben wir natürlich die wunderschöne ruby die hat richtig neigen boogie ja ruby hat richtig neigen boogie da kann man hopper bereiter machen mit ruby ruby da macht er richtig hopper bereiter aber mega gold hopper bereiter und ja mit ruby kann richtig hopper bereiter machen also ruby auf alle fälle kaufen verkaufen 200 wie kauf empfehlung geht auch jetzt nämlich richtig geilen boogie mit ihr kann richtig hopper bereiter machen naja hkg gerne aber natürlich grüß hier alles noch können nicht besonderes ja der emo ist auch immer noch gar von gestern ja das auch immer noch alles vorhanden gold garten karten mal wieder gab den haben magine gedame die ist wieder gar die ist wieder gar dass es wieder gab musik mit gegen emote für epic games haben bitte haut noch mehr geld in fortnite rein also der emote heißt haut noch mehr geld in fortnite rein wir wollen geld verdienen garst epic games damit und epic games mit gegen emote gibt mal euer geld her und weist euer geld mal hier im fortnite wieder rein garst epic games damit mit naja wir haben noch die demo gehen haben wir noch grüß hier ja nicht besonderer haut mich nicht um wir haben das alkohol immer noch gar 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 immer noch da hat ich muss ich ja immer noch immer noch vor allem wenn wir sagen das war erstmal wieder mit dem fortnite der ja ich habe hier da geht nicht okay gigant Eingucken geben, vergesst es nicht, Leberfolge, KoegaCook FOM natürlich, da haben wir ihn, wir gehen auf annehmen, KoegaCook FOM, so, und gucken wir mal den Meergrünger, könnt ihr auch mal machen, nachgucken, ob ihr noch grünger ist, wenn ihr auch gefunden habt, gebt ihr ihn wieder ein, und ja, Leute, bevor ich euch brauche, aber ich wollte es mir im Fortnite, das Video bis zum nächsten Mal gerne versucheln.